Guten Tag und herzlich willkommen zurück in Far Cry 4. Beim letzten Mal habe ich hier richtig schön verkackt beim Felder verbrennen. Heute werde ich mich definitiv besser anstellen. Hoffe ich. Wie viele Pfeiler habe ich? 15, okay. Meinst du? Meinst du wirklich, dass die jetzt funktionieren? Quack. So. E. Achso, ich kann die Dinge anmachen, das ist ja doof. Anmachen wollte ich es ja eigentlich gar nicht. Das war ein tödlicher Schuss, dieses ebenso. Das ist nicht so. Kötei. Warte mal, Pfeil, so. Da ist der nächste. Tot. Tot. Wow. Wow. Mann. Ich war doch gut. Alter, ich war doch gut. Wie ätzend. Was soll das denn, ey? Vielleicht hätte ich doch eine RPG nehmen sollen oder sowas. Hör auf zu quatschen. Hunde? Wo sind die Hunde? Hunde? Wo sind die Hunde? Die Chöre aber sehen sie nicht. Molotow? Hätte ich da stehen, Alter. Fuck. Warte mal. Ähm, Molle? Alter, was war denn das für ein Sprung, mein Freund? Gut, wir verbrennen zumindest schon mal. Ja. Achso. Jetzt verstehe ich, was ihr da macht, ey. So, Pfeil direkt wieder einsammeln. Was, ist noch einer? Wo bist du? Oh. Diese Übertreiber, ey. Für den Köln. Nicht. Oh, Mann. Alter, was geht mit euch ab? Mörser, die sind nur am Mörser schießen hier. Können wir was anderes machen? Alter, chillt doch mal. Wer schießt denn da? Gut. Die denken, ich wäre da vorne. Also gehe ich mal hinten rum. Mal schauen. Vielleicht wird das ja sogar was. Warte mal, da oben ist jemand. Oh. Ich bin nicht verschwunden. Ich bin noch da. Nur siehst mich nicht. Okay, jetzt wissen sie plötzlich, wo ich bin, oder was? Wo oben? Hier unten, meinst du? Woher zu denn? Oha. So, wieder ein Stückchen sprinten. Anders geht es hier nicht. Also, man könnte es natürlich anders machen. Aber ich mache es einfach mal so. Auf diese Art und Weise. Äh, da oben. Der muss sitzen. Shit. Nicht zu fassen. Jetzt. Oh. Alter Vater, da sind ja einige Jungs unterwegs. Gucken, vielleicht brennt hier irgendjemand von den Jungs. Komm. Hierher. Dammtags. Nee. Einfach nicht zu fassen, dass die immer sich so komisch ducken oder so, wenn ich gerade schieße. Wie viele Pfeiler habe ich eigentlich noch? Zu wenig, glaube ich. Da ist noch jemand. Hier mal noch das Feld verbrennen. Nein. 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 So, Freunde. Und jetzt versuchen wir mal folgendes. Nein, das war falsch. Uh. Hallo, Jungs. Sonst noch jemand? So, das dürfte alle gewesen sein, möchte ich meinen. Jetzt sind noch nicht alle. Warte mal. Äh, so. Oh. Multi-Kill. Hier muss ich auch noch was verbrennen. Kein Problem. Mach mal. Mist. Oh, oh. Oh, oh. Gut. Alles gut. Ich werde dich umbringen. So. Ja. Umentschieden. Ich bring dich um, mein Freund. Ich bring dich um. So. Haben wir sonst noch was? Hier müssen wir noch ein Feld verbrennen. Das müsste eigentlich das hier sein, ne? Oh. Das war jetzt irgendwie ein bisschen falsch. Oh, doch. Oh, okay. Wie viele kommen denn da noch? Alter Vater, ey. Versuchen wir es mal ein bisschen von oben. Was tust du da? Aha. Okay. Nichts tut da. Nüchte. Hier ist noch jemand. Äh. Was? Wirf mal. So. Und da oben ist noch jemand. Hä. Also langsam läuft es hier mit Pfeil und Bogen. Muss ich einfach mal so sagen, wa? Direkt Pfeil wieder eingesammelt. Wunderbar. So. Hier müssen wir noch ein bisschen was verbrennen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, verbinde dich, verbinde dich, verbinde dich. Oh, je, 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 je. Ich muss dringend dazu übergehen, mehr Pflanzen zu sammeln. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Alter Vater, ey. Warte mal. Äh. So. Ich mach das nicht mehr so. Auf die nahe Distanz. So, mal gucken. Brennt das Haus jetzt? Nee. Doch. Nee. Bisschen was fehlt aber wohl noch. Da drin. Äh, kann ich hier so? Ah, nein. Kommen wir noch ein paar Jungs? Er ist tot. Alter, ich glaube, ich werde langsam high, ne? Kann das sein? Oh. So. Oh, oh. Oh, oh. Ich wünschte, ich hätte sie brennen sehen. Dein Vater hat nicht nur für das Volk gekämpft, Bruder. Er versucht auch, das Land zu bewahren. Unsere Seelen sind mit dem Land und den Bergen verbunden. Das kann Amita einfach nicht verstehen. Okay. Wo seid ihr denn? Hallo? Jungs? Ich möchte hier noch ein bisschen looten, deswegen... Wobei, irgendwie können wir uns das sparen, oder? Wir haben so viel Geld. Den ganzen Kram müssen wir eigentlich gar nicht looten. Können wir uns sparen. Komm. Wir haben eh zu viel Geld. Ich würde einfach mal sagen, denn verpieseln uns mal hier. Und wohin müssen wir denn? Wohin verschlägt es uns denn? Denn wir sollen da nicht hin, wo ich mal gesetzt habe. Sondern eher... Hier oben ist Herc. Okay. Hier. Longinus. Ist ja direkt nebenan, würde ich einfach mal sagen. Wir düsen mal eben zum Longinus. Dort. Okay. Warte mal. Können wir irgendwie... Warte mal. Wir gehen mal aufs Dach. Komme ich hier ganz hoch? Ne, schade. Gut, dann machen wir das anders. Wird das wat? Wird das wat? Uh, das wird wat. Ganz vorsichtig. Ab zum Longinus. Oder oben brennt es auch, kann es sein. Mir kommt es so vor, als wäre da oben auch ein kleines Feuerchen. Kann mich aber auch täuschen. Weil es ist halt ein Tiger. Oh shit. So. Warte mal. Können wir den vielleicht nochmal eben mitnehmen? Auf die Distanz höre ich es wahrscheinlich nicht. Ah shit. Tischer. Wat machst denn du? Hat er sich hingelegt? Ist er ein Boot? Das ist tatsächlich ein Boot. Wat bist du denn für ne Katze? Du bist ja gar kein Tiger, oder? Hm. Wat warst denn du? Ein Ocelot oder sowas? Nebelpaar, denn Paderfell. Hm. Das klingt recht fancy. Recht fancy, yo. So, mehr Pflanzen sammeln, habe ich gesagt. Damit ich mehr Dinge im Inventar habe. Denn Spritzen helfen. Oh. Oh. Sagen wir mal, willst du mich verhebeln? So, jetzt. Jut. Nebelpaar da Nummer zwei. Und wir können uns was herstellen. Mal gucken, was das ist. Hoffentlich was Jutes. Das wäre schon schön. Herstellung. Munitionsbeutel. Naja. Köcher. Köcher. Wir nehmen uns den Köcher einfach mal. Ich nutze ja mehr Pfeile als alles andere. Hier kann ich hochklettern. Das ist gut. Ab zu Longinus. Einmal hier hochgejuckelt. Das ist anstrengend hier. Das gibt es einfach nicht. So, fast Longinus erreicht. Wunderbar, traumhaft. Mal gucken, was der Kranke wieder für uns zu tun hat.